Das, was AlphaStein hier abliefert, ist absolut biologische Kriegsführung, wirklich. Freunde, Samstag, 27.10.18 Uhr, Promo Peter Sack, schaltet den Rewe 12 Stunden Stream ein. Der wirkt nicht nur geil, sondern auch super. Samstag, 27.10 Uhr, ab 18 Uhr, 12 Stunden Stream auf Twitch, kommt vorbei. Schöne Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich glaube, das war auch jetzt schon der angenehmste Teil vom Video. Meine liebe Freunde, meine liebe Freunde, es ist tatsächlich passiert, AlphaStein hat eine Parodie auf den Song Skybase von Standardskill gemacht. Standardskill-Songs, da habe ich ja auch schon drauf reagiert, by the way, danke für die annähernd 1.000.000 Views. Waren es überhaupt 1.000.000 Views? Ich schaue mal ganz kurz, meine Freunde. Ja, annähernd 1.000.000 Views, danke dafür. Auf jeden Fall an der Stelle lieber Scandardskill, dass ich auf deinen Nacken so viele Views machen durfte. Ich hoffe, das Ganze ist hier einfach nochmal replizieren zu können, meine Freunde, nochmal eine Million Views von Standardskill und AlphaStein zu Nacken zu machen. Denn AlphaStein ist tatsächlich hingegangen und hat eine Parodie auf seinen Song Skybase gemacht. Gut, Standardskill-Song war schon kacke, jetzt bin ich mal gespannt, was AlphaStein draus gemacht hat. Sie hat mir netterweise den Link vorher geschickt, meine Freunde. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt schon mal monetarisiert. Ich kenne keinen Menschen, der seine Videos monetarisiert, bevor sie überhaupt öffentlich gestellt sind. Danke dafür, AlphaStein, dass du mir hier nochmal zwei Euro hast, next an der Stelle. Ja, und es ist eine gottverdammte Minecraft-Parodie. AlphaStein, ich dachte, es wäre wenigstens eine Fortnite-Parodie, weil das hätte ja Sinn gemacht. Aber was macht in deinem Leben oder auf deinem Kanal schon Sinn? Also, ja, meine Freunde, ich bin mal gespannt. Schauen wir uns einfach mal an, was AlphaStein so da zusammengeschustert hat. Absolut tolle Kamerafahrten wieder an der Stelle. Oh, doch Fortnite. Und das Schlimme ist dabei, Leute, ich weiß, dass dieses Video von AlphaStein vier Millionen Aufrufe bekommt. Das ist das Schlimme. Mann, ist das dumm, Alter. Was viele Leute wirklich nicht wissen, Leute, AlphaStein ist kein echt existierender Mensch. AlphaStein existiert wirklich nur als Minecraft-Skin, der sich in Minecraft an den Computer setzt, um Fortnite zu spielen. Das mag jetzt für den einen oder anderen erstmal unglaubwürdig klingen, aber es ist wirklich so. Kein Mensch der Welt würde so einen Content freiwillig machen, oder? Dann nochmal auf jeden Fall, Shoutout, dass der Beatbauer von StandardSkin einfach die M41S von Counter-Strike genommen hat. Das macht ja eigentlich Sinn, bei einem Fortnite-Song einen Counter-Strike-Sound einzufügen, oder? Stein, das ist keine Playstation, mein Freund. Das ist eine Wii U, das kann man hier ganz genau sehen. Und auf dem Bildschirm ist nicht mal Fortnite geöffnet. Also, ich weiß jetzt nicht, wen du jetzt hier mit dem Video tatsächlich verarschen willst, aber mich kriegst du damit nicht, mein Freund. Und wie sagt deine Freundin, gelbe Augen. Vielleicht funktioniert ihre Niere nicht richtig. Sollst du sie vielleicht mal zum Arzt mitgeben? Von dem Pläsen, dann ist das aus mit. Und, seh, welche Freundin. Deshalb, dein... Mann, Alter. Das Schlimmste ist dabei, dass ich darüber noch wirklich lachen muss. Manchmal habe ich Angst, dass ich zurückgeblieben bin, dass ich sowas witzig finde, Alter. Ich schlafe, ich raue mir den Schlaf. Oh, ihr Fortnite komme ich gar nicht mehr klar. Und es ist mir geil, was ihr darüber sagt. Was gucke ich mir hier? Ich baue die Skybase, besuche die Chance. Wir bauen die Skybase. Besuche die Chance aus dem Winkel. Hier kommt Alpha-Stand. Wir bauen die Skybase. Besuche die Chance. Da bin Fortnite dabei. Ey, ey, ey. Warum wollt ihr noch mal herangesoomt? Ich bin dabei. Warum? Warum? Ey, ey, ey. Wir bauen die Skybase. 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 Boah, es tut so in den Ohren weh. Vor allen Dingen ist ja die Frage, es ist ja Parodie bei Alpha-Stein. Eigentlich ist es ja nur ein scheiß Cover. Er hat zwei Wörter geändert. Er hat seinen Namen da rein gefühlt und das war es. Also eigentlich ist es einfach nur ein schlechtes Cover. Ich meine, es ist absolut musikalisch. Es ist absolut. Also, ich werde zum musikalischen Teil nochmal am Ende kommen, damit ich hier auf jeden Fall auf meine 7 Minuten 30 komme. Ey, 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 wir bauen die Skybase. Wir bauen die Skybase. Wir bauen die Skybase. Wir bauen die Wolken. Mann, Alter. Ich bin dabei. Ein Tag, ein Tag, ein Tag. Ohne Forderung und bestellbar. Ich gehe ganz beiseite, doch mit dem ich mehr kenne. Denn ich verpresse die Kuhle für alle Gedenken. Ja, absolut. Wir kennen nicht den legendären Alpha-Steins-Game bei Fortnite. Ich wollte fragen, ob ich Zeit habe. Ich sage sofort nein. Digga, ich zeige Fortnite. Ich bin live jetzt. Mach' noch mal meinen Check. Ich suche die Rimmelzeit. Ende, Alter, Molle und der Climax. Mann, ich bin gegrüßt worden. Aber immerhin nicht Evive HD. Immerhin nicht Evive HD. Und der hat meinen Namen sogar richtig ausgesprochen. Kann man sagen, was man will? Evive wurde nicht begrüßt. Darum geht's. Gibt es eigentlich eine Aufnahme, wo du irgendwen killst? Oder schießt du einfach nur gegen irgendwelche Wände, Alpha-Steine? Also ich meine, das wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, oder? Ey, diese gottverdammten Vocal-Beckings im Hintergrund. Das ist so geisteskrank, wenn man überlegt, da sitzt jemand in Minecraft, natürlich, also nicht im echten Leben, sondern in Minecraft vor seinem Computer und schreit aus dem Mikrofon. Absolut krank. Mann, was gucke ich mir hier gerade an, Alter? Mann, Leute. Okay, Sky-Bass über die Wolken, ja. Ich empfehle noch 150.000 Abonnenten bis zu einer Million und schuld daran bin, wahrscheinlich größtenteils ich. Hoffentlich werde ich damit nicht irgendwann vor das Tribunal der Menschenrechtsverletzung gezerrt und von der Genfer Konversion für Kriegsverbrechen angezeigt, weil das, was Alphastein hier abliefert, ist absolut biologische Kriegsführung, wirklich. Wenn man das über ein Schlachtfeld blasten würde mit einem 40.000 Watt Ghetto-Blaster, alle Leute würden sofort ihre Waffen hinlegen oder sich selbst umbringen, je nachdem. Das ist eine Million Abonnenten und ich fühle mich schuldig dafür. Danke dafür, Alphastein. Leute, wir packen das. Ja, ja. Halt rein. Okay, stopp. Stopp. Mann, dieser Typ hat bald einfach eine Million Abonnenten, meine Freunde. Warum sind so Kanäle, die Qualität bringen, wie MrWist2Go oder, keine Ahnung, andere Leute nicht auf einer Million? Warum Alphastein? Warum habe ich eine Million? Wieso haben wir ganzen Affen eigentlich eine Million Abonnenten? Wir haben das überhaupt nicht verdient. Ja, interessanter Song auf jeden Fall, Alphastein. Meine Ohren tun de facto auf jeden Fall weh. Kann man nicht anders sagen. Danke dafür. Das wird auf jeden Fall heute Abend wieder lustig für mich einzuschlafen, weil ich wahrscheinlich diesen Strom nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Das Originalvideo ist in der Beschreibung. Zur Musik und zum Beat kann ich nur das Gleiche sagen wie das letzte Mal. Beat ist in Ordnung. Stimme, absoluter Müll. Und Mische, die Alphastein da gemacht hat, klingt auch echt wie ein Haufen Kacke. Ich hätte, wie gesagt, echt langsam mal gern so eine Glatzenmütze, damit ich mich wie Tube herausgeben kann. Meine Freunde, das war es von diesem wunderschönen Video. Ich bin extra unter 10 Minuten geblieben. Belastend, belastend. Es tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Ich weiß auch gar nicht, eigentlich kann man auf sowas nicht reagieren. Eigentlich kann man sich danach nur das Leben nehmen. Das reicht. Lasst ihn da und da oben da. Schaltet jetzt meinen Stream an. Ich bin gleich auf Twitch live. Bis zum nächsten Mal.